Digga, das verstehe ich nicht. Das ist 8 Games Shen, der hat 2 Wins von 8, 2nd Time Descend, 1 Loose und auch kein 1st Time. Seine Runes sehen auch shit aus. Digga, keine Ahnung, man. Gehen Sie auf Summoner's Rift. 30 Sekunden, bis die Minions spawnen. Es ist bereits Zeit. Ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss. ... Candy Wave stacken mit Proxifarm, okay. 23 jetzt das hat kein cool darm müssten noch langsamer stecken jetzt muss ich schneller machen ich höre dich ich hatte auch ein lag irgendwie wieder ich verstehe nicht was das mit diesem ping jetzt in letzter zeit ist dass er hoch muss dafür ich hätte das flächen müssen aber ich dachte tauscht mich dann doch schneller und dass das mein gott ich denke es ist so cringe und da ist ein fest im listen second time Ich kann ihn killen auf jeden Fall, wenn er jetzt hier dumme Sachen macht. Bis zum nächsten Mal. An enemy has been slain. I hear you. Double kill. An ally has been slain. It's nearly time. Killing spree. What the hell is this? Cringe. How fast is this? WTF? Man... It's so cringe. oh So nice 3TP jetzt geflasht Re-Kang, echt schnell Was macht die Botländer Was macht das? Es ist bereits Zeit Was macht das? Was macht das? Was macht das? Ich weiß immer nur nicht welche Blut sich gehen, sondern eigentlich Merks, ne? Die drei Leute, die Autotacken, ne? Eigentlich Merks. Eigentlich einfach Merks. Endlich Winners queuen. Ich finde es immer richtig Cringery, die dann auch Krampf diesen Autotack machen manchmal. Er hat hier nicht mehr aggressive gehabt. Das ist nicht gut. Digga, ich hasse das sehr. Kannst du mal aufhören abzufahren, wie vor und so? Meine Aufgabe ist es jetzt einfach perfekt zu farmen, nicht Low zu werden und ihn double die und wieder open will. Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Das war's für heute. 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 Oh mein Gott, was das jetzt passiert. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.